ja vielleicht kannst du sagen zombie platz und da legt er sich hin mit der sprache studieren das so ich habe die er mal kurz ausgeschaltet vom ton her ich würde eigentlich gerne die january nehmen weil die eine geniale hackerin ist und lonesome wolf und das ganze irgendwie so ein bisschen an mich selbst erinnert und sie dazu noch gar nicht so schlecht aussieht wie ich finde auf jeden fall wesentlich besser als die anderen deswegen glaube ich mir jetzt einfach mal diesen char hier und ja mal schauen was sie drauf hat also ich bin der tank ja ich bin die ich bin die rotzfreche gehörer da das wilde pru ist diesmal männlich und stabile internetverbindung mit dem master meint ja super also ich warte darauf dass ich in bewegung setzt weil ich muss euch rückendecken geben hast du die map dann sehen wir wo wir dort ich habe gar nicht unendlich machen möchte ich würde sagen wo ist diese stimme ich will es ausstellen wieso wirst du immer shoppen ich habe nur ein baseball die hast du auch ich versuche das ist drei ich sag nur autoböse ne dürft ihr dürft doch drum herumlaufen ja das könnte ein schlüssel sein hier ist ein Trophäe war das eine falle oder was das hat jetzt gerade hier ich mache uns den weg frei ich habe jetzt aber ich meine ich geschossen habe ich das kraut jetzt habe ich das kraut ist nicht mehr mitgenommen oder habt ihr das auch ich muss drücken 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 ja ich auch das kraut ich sehe jetzt habe ich gesagt prison zombie dann hab nur ich das kraut genommen ok also wir klauen uns auch die sachen weg wie es scheint echt das ist wie scheiße das reparaturzeug äh ich weiß nicht sag mal oh das ist eine falle pass auf achtung kommt kommt ja ja das ist das was wir töten kriegen wir zeit ja ich glaube man erkennt den resident evil spieler hier doch da kann ich es mit kopf vergessen ok ich bin verletzt ich weiß nicht wenn ein kraut irgendwo ist ein bescheid ich bin dran wie kann ich nicht wenn ich in der falle bin ich bin faller drin ach du warst in der falle das war er pass auf warte ich glaube darüber sonst bist du auch gleich kann er immer noch schießen kann man auch mal auf die kamera schießen jetzt kaputt ich versuche hier hinten deckung zu halten falls da irgendwas muss das ist blaues kraut das ist wegen vergiftung ich brauche normales grünes ich habe das und auf mir und auf mir doch wochen die gebrochen irgendwas kommt jetzt ja die wirung wir müssen hier was suchen du hast doch in einer von euch hat doch diesen weg da lassen zu mir kommt wieder ab und ich bin gerade hier drüben macht dieses jahr der mit spieler ist in die sache das ist scheiß wanne müssen wir müssen da jetzt müssen wir müssen wir müssen hier rein mit den raum hier rein wir müssen vorwärts machen das hat sich davon ja ja ich mache die tür auf ja denkt dran es kann auch nehmen es kommen aber noch nicht am ende ist auch hinter mir der kann eigentlich wenn er will oder ich meine nur ein reißen schließen der erde brauchen wir ja da ist eine glühende pflanze äh wo kann ich jemand von euch irgendwie heilen warte mal ach doch sie kann uns doch heilen ja ich kann mich nicht drucken ich kann mich hochschlagen oh fuck kann ich da schlagen ja ja du machst schaden drauf ich treffe sie ich kann nicht mehr ich kann den mun warte mal hier ist irgendwas reparatursatz ich habe einen reparatursatz bekommen raus 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 das ist ein zombie komm raus komm raus ich mach die tür zu schnell nee das ist ein bestärkungsstray du kannst es zu machen ne aber der macht die kaputt achtung hund wo bei mir scheiße ne das war der tote oh da geht die musik so über warte wie kann ich jetzt mal ich mal kurz gucken wie ich jetzt rein was hast du denn gemacht ich kann mich immer heilen können ich habe keine munition mehr wir müssen weiter ich kann nicht laufen weil ich bin so scheiß menü jetzt drin toll man schießt extrem langsam aber auch gelang ich bin in der falle vorsicht die lassen mich einfach verrecken ich habe mal zurück ich habe mir die kamen ich habe mir die kamen ich bin auch in der falle hinter uns ich bin immer noch kritisch scheiße ich bin verletzt auch ja ich kann keine andere waffe nehmen was ist das kommt wieder was ich wollte ich kann nicht mehr laufen komm mal hin ich hab nix zum heilen ja normalerweise schon doch habe ich doch habe ich hier warte 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 mal ich glaube ich ich ging gerade aufwärts irgendwie ich habe was zum heilen ich heile mal kurz ja perfekt aber ich habe trotzdem keine munition da brauchst du doch so ein chip für oder so ne du hast einfach geld was du einsammeln kannst ach hier munition habe ich wusste was das geld ach da habe ich ja munition 50 kugeln nehme ich mir äh eigentlich muss ich vorne stellen ich bin eigentlich und du bist tank ja die klassen du hast verschiedene klassen du hast ja den damage dealer der art ist ja die heilerin und mehr oder weniger was du deine klasse ist weiß ich nicht die konnte ich nicht anschauen ich habe meine aufgabe ist eine kugel geholt äh wieso kann ich die nicht das ist ein gelbes kraut ist das jemand habe ich habe ich ja ach du hallo bewegt dich da ist eine falle da liegt eine falle da liegt eine falle hinter uns war glaube ich eine blendfalle ja hier ist noch eine kann ich die in scharf kaputt schießen ah ja ja ich bin da ich brauche aber auch distanz dafür war aber ein hässliches mädel hier ach du ach und ich sehe wieder nichts Leute vorwicht ja hier ist auch noch ein zombie ach du hinter dir Adi ich wollte dass die kamera ja das ist doch noch eine kamera links zur Ecke die schießen kann nein ich wollte sie kaputt machen Moment du musst eine distanz haben kann man nicht nachladen irgendwie ja kann ich mal kurz probieren mit Tabulator komme ich auf das ich komme nicht auf deine sachen ja ich nämlich auch nicht ich kann nicht mehr nach den Waffen ach so mit Q und E ok wenn du Tabulator drückst dann Q und D kommt ist kaputt ist kaputt wir müssen weiter da ist ein heilkraut glaube ich äh pass auf zombie wir sind um die Ecke die Kamera ist kaputt ja nimmt hier alles mit was ihr kriegt an Kräuter damit ihr euch heilen könnt die Frage ist jetzt nur wie aufheben ja aber wie benutzen ich bin hier gerade auch weitergelaufen oh pass auf er ist da er ist da nehm es ist auf dem Kopf auf dem Kopf immer ja ja den sehe ich nicht wenn einer vor mir steht ok ausweichen ist nicht guck mal Ora boah ich kann noch nicht mal aufstehen ich liege macht nix ich bin gleich tot äh Türe zu wie du am grinsen bist haha scheiß auf euch Achtung kommt hinter dir ja ich für mich echt knapp oah scheiße hat's gereicht nichts von heranlassen ich bin schon am gehitten aber ich kann obwohl ich dreimal auf laufen drücke auf sprinten die die nacht draußen muss man schauen dass die charakteren eigentlich können für was sie geeignet sind ja ich glaube wenn wir eine truhe haben müssen wir wirklich alle mal große waffen mitnehmen ich habe jetzt nur munition reingetan weil ich gedacht habe es kommen ja eh nur zombies und so aber du musst schauen dass deine klasse kann jede klasse hat eine spezialität ich werde denke ich hätte am meisten einstecken können du hatten damage dealer ich bin hacker ich war heiler ja kann man eigentlich zweimal die gleiche nehmen das weiß ich jetzt gar nicht ne ich wollte auch die ähm die blonde da achso die war der Rinder nicht ja wie ich hab nur ein C bekommen hallo ich bin's gewohnt A oder B zu bekommen gemein ich hab schon zu viel erlebt der macht mir sicher keine Angst ach Mist wer bin ich denn jetzt was kann ich denn keine Ahnung unten rechts steht die Ulti unten rechts die beiden Tasten die ihr drücken müsst ihr unten rechts ja die muss aufgeladen werden oder so keine Ahnung ja 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 aber hast du in die Tassen wohl ich kann brüllen ne ach jetzt schnau ich das so das ist das mal los ja vielleicht kommen wir jetzt weiter oh Gott so kurz dann weiß schon einer ja da wirst du einmal von deiner Tochter angequatschten so wow Vorsicht auf dem Boden die Fallen sieht da eigentlich ganz gut eigentlich das sind so kleine Kästchen die da auf dem Boden liegen ich habe das noch ein Sorte in dem ich habe keine Munition mehr ich habe keine gekauft nee ich wollte eigentlich nicht nicht mehr das gestört vom Maasermann in der Decke hier ich hätte tank hier oder was ich laufe auch so langsam komm 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 hier liegt hier vorne vorsicht nicht reinlaufen hier liegt direkt hinter dir nicht reinlaufen ich mache die falle kaputt du lässt mein sicht werde ich sehe nichts kaputt ja immer immer schnell hier alles einsammelt dass ich was drinnen das ist sicher ja ja siehst du habt ihr reparatursätze bekommt ja ich bin auch verletzt da ist auch ein hund ich bin kritisch bin gleich durch drei waren zu viel der lebt noch hinter dir hinter dir muss ja ich muss ja was war das eine bombe keine ahnung der lebt noch der lebt noch gewöhnt euch an die türen zuzumachen wenn ihr hinter euch seid ach so da ist gesteuert ist gesteuert von er macht ein bisschen länger alles was die kameras wieder alles was ist was wir einsammeln können dann habe ich den scan machen hier hast du das gerade ich gucke da fehlt noch was ab da ist ein zornmitteln achtung je nach rechts direkt weg gleich ich möchte ich mache die kamera kaputt moment ja ich habe mich ganz stolz ich kann mich nicht bewegen ist nicht einmal was gewonnen hast du die hast du die ulti parat ich habe die ulti aber ich weiß nicht was ich machen kann jetzt kurz nachrechnen genau schnell nachladen und so ein gedürzt gründes kraut noch mitnehmen genau für munition für heilung maximal was das hier das wollen wir nach dem hund 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 ja ist er ich bin nur noch halb ist gleich ready dann fällt nicht mehr viel oh mit q kann ich mich umdrehen ich habe mich gerade schnell geheilt also mit control mit steuerung macht man die mini karte auf also ich habe ein hellspray achtung kommt zu mir so ich heile alle grünen oder können wir weiter ich muss die kamera angucken dafür damit sie deaktivieren der rechts ist ein kraut ja ich habe mich auf dem gelb ist es einfach die dinge selbst in die hand zu nehmen achtung vor allem von uns das auch alle vorsicht noch versucht und ist dann zu gewinnen ist doch ein hund der ist tot ja du schlampe die schon tot oder ich meine klar ist die totes zombie aber ich weiß was ich meine wo ist die falle wo war die falle wo war die falle wo war die falle wir sind zu nah dran bis weiter nach hinten da habe ich mich auch gerade getroffen bei der achtung kameras vor uns äh ja 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 hast du kann man sich ducken hier ne kann man sich äh weiß ich nicht glaube ich glaube nicht hier ist der falle vorsicht zwei fallen sind da zwei fallen nach hinten nach hinten weg 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 andere seite weg direkt da lasst die hier rumlaufen lass hier rumlaufen auf dem boden achten auffallen wo müssen wir langlaufen kannst du mal die gegend scannen hier ist ein lila ne ne ein blaues kraut kann ich ist jemand vergiftet kräuter und so könnt ihr aufheben ne ich bin gesund ich bin relativ gesund dahinten ist hinter der tür ist was was wir brauchen hier ist noch ein grünes ja grünes kraut will das noch niemand habt die kamera deaktiviert hier in der ecke nicht und dann ist da oben der kamera drin der masterman kommt stelle raus wo müssen wir lang ich kann es nicht mehr nehmen hier auf dem tisch lag was was man nehmen konnte ich bin hinter dem vorhang ich habe hier zum kaputt achten er hat die kamera im zimmer nein ach das ist ich bin hier lass mal lass hier draußen weiterlaufen hier ist link in der falle auf dem boden der falle auf dem boden okay das war's moment nicht wo ich denn ich kann mich da hinschießen bist du tot oder was ne naja ich komme nicht noch gerade heilen okay glaube ich hier rein ne äh mach dich ja mal fäch äh ja ich bin gleich tot ich bin schon wieder beschossen und ich weiß nicht wo ihr seid du bist noch grün bei mir äh hier äh wie heißt das mit mit grünen Kräutern nehmen die kannst du dann einfach einnehmen ja ja hab ich gerade die letzte zwei ach komm ich noch eins brauchst du noch eins komm hier rein komm hier rein komm hier rein mach die Tür zu komm rein mach die Tür zu komm rein mach die Tür zu oha was ist ein Luka ich mach mal die kamera hier deaktivieren weil es hier hinkommt ja mach das tot ist tot ist tot ist tot da sind zwei zombies draußen vorsicht ja warte mal ja aber so lange ich noch auf den Boden äh hauen kann kann er eigentlich noch nicht tot sein doch 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 immer wenn ähm du blaue Zeit kriegst dafür ist der tot da gewinnen wir zuerst kriegst genau naja ich dachte hier stand ein Kraut auch das giftig aber wieso brennt der das ist ein hässlicher da lebt noch ja jetzt nicht mehr wir müssen gucken dass wenn wir schießen dass wir nicht vor uns laufen können wir können uns schießen naja ihr ruft ja immer Tanks vor deswegen ja ja hier ist oh hier ist noch Munition das wir hier rein ja huh ich bin da ich bin im Zeitenzimmer rein gleich die Truhe du solltest dich heilen oder ich sag die ich sag die wir die gleich circa ich sag die wir die gleich ja ich hab schon bisschen Spray oh scheiße das ist ja fast gar nicht ich bin fast gar nicht geheilt ja und er ist aus okay Hund Hund ist hier vorsicht also viel heil ich nicht mehr aus äh hast du hast du kannst du dir ich machen für heilen um alle zu heilen mal hier mach ich oh ich hörte was keine ahnung was das war was ist hier drinne kannst du das upscalen klingt den boomer ey oha das fiel drinne bisschen wieder rein oh oh Achtung Cam oh das das könnte flächen evi sein warte mal ich hab noch handgranaten hier ist ne falle vor mir da ist ne falle ah helfe komm ich nicht hin die falle ist immer noch da die geht auf distanz dass die rauskommt ich hab mir handgranate angeschmissen nice 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 perfekt warte da lebt aber noch einer hier ich schlafe schon wieder auf lade schützen sie das team mit der sicherheitskarte ok wer ist tot der hat dich zugemacht das ist keine sehr effiziente art euer leben zu beenden das hier Hilfe Hilfe ich brauch Hilfe ich komm hier trotzdem oder komm ich da ran nicht quatschen helfen ok ich komm vorbei ok wie hab ich nochmal hier das steht auf das steht auf ja ja ich muss nachladen hier liegt ne handgranate auf dem boden die kann man nehmen äh glaubst du lange doch komisch er lädt noch das ist keine sehr effiziente art euer leben zu beenden ich kann mich reinstecken ne jetzt nicht mehr ich hab keine munition mehr willst du die handgranate ach so warte mal muss ich die karte machen es steht auf es steht auf hallo hallo der lebt noch der lebt noch ja ich konnte nicht mehr draufschlagen zu endlich oder was wir wollten euch damit wie lange lebt ihr denn ja guck mal so kann ich schlagen irgendwann kann ich nicht mehr nach unten schlagen ich geh ernst hör mich noch wäre ich mit einem Virus und hier könnte die Welt töten ok äh ja jetzt kann ich gar nichts mehr machen müssen wir hin jetzt hab ich nur noch ein Messer draußen ist einer vorsicht oh scheiße lass den wir reinkommen lass den wir reinkommen dann spinnen wir raus lass den wir reinkommen ich bin angefallen ich bin angefallen ich hab sie ich hab sie Sprintet raus Sprintet raus Sprintet raus Sprintet raus ja wohin raus 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 das geht gar nicht alter das geht gar nicht mal kann ich raus ich bin infiziert aber der stimmt der stammt dich dann ja der andere steht doch schon wieder auf ja ich bin tot na ja aber auf jeden Fall schon besser als davor Ja, ist schon gut weitergekommen. Lass mich leben! Ich bin noch jung. Oh Mann. Heute wird keine Geschichte gemacht. Aber schon gut weitergekommen. Auf jeden Fall. Ja, das war mal ein kleiner Ausblick zum Spiel Resident Evil 3 Resistance. Ich persönlich finde das Spiel gar nicht mal so schlecht. Und da ich ja sowieso das Original davon holen wollte, ist es ja automatisch mit drin. Nur für den Mehrspielermodus, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand sich das Spiel nur wegen dem Mehrspielermodus holen würde, würde ich persönlich jetzt nicht so viel Geld ausgeben, weil das Spiel kostet ja auch, wenn es gerade nicht im Angebot ist, über 60 Euro. War vor kurzem noch im Angebot für 45, glaube ich, oder 55. Alles in allem unter den Strich macht es mir schon Spaß. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man braucht wirklich ein eingespieltes Team dafür. Oder man muss sich zumindest mit der Zeit einspielen. Man muss natürlich nicht als eingespieltes Team reingehen. Das geht ja auch gar nicht. Aber man sollte schon dann ein Team haben, was halt regelmäßig miteinander spielt. Und man sollte auf jeden Fall mal schauen, welche Fähigkeiten die Leute haben, dass man sich da auch besser mit auseinandersetzt. Zum Beispiel konnte ich, was ich gar nicht wusste, wohl irgendwie in Richtung der Kameras gucken und dann auf G drücken und die dann lahmlegen damit. Und dann das andere Mädchen, das ist halt, ja, eine Heilerin sozusagen. Und die zwei Jungs, so wie ich das verstanden habe, sind wohl beide so eine Art Tanks. Also zumindest der, den ich jetzt beim zweiten Mal zufällig gespielt habe, weil ich gerade nicht am Platz war, wo es losging. Ja, also da sollte man auf jeden Fall definitiv nochmal gucken, wie man was spielen kann. Und ein ganz, ganz, ganz großes Manko ist, wir haben es jetzt diverse Male versucht. Wir waren jetzt wirklich einige Stunden im Spiel, konnten aber nur diese Zeit hier aufnehmen, also diese knapp 25 Minuten. Und das waren zwei Matches, die ich jetzt hier zusammengeschnitten habe, weil man einfach irre lange warten muss, bis man einen Killer hat. Also selbst mit vier Leuten braucht man irre lange und das habe ich mittlerweile sehr, sehr oft gelesen und auch als Negativkommentar bei Resident Evil selber, also hier auf der Steam-Seite. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, entweder muss ich da drastisch etwas ändern, vielleicht ist auch jetzt die Nachfrage nicht so hoch, dass deswegen so wenig Killer da sind, kann natürlich auch sein. Aber da muss sich auf jeden Fall drastisch noch was ändern, weil ganz ehrlich, sonst hat man keine Lust mehr. Bei Predator hat es auch teilweise lange gedauert, bis wir online reinkamen, aber wir konnten zumindest offline in Anführungszeichen noch so ein Match unter uns spielen, auch wenn wir dann halt eine Person weniger hatten, weil einer den Predator gemacht hat. Das war sehr, sehr viel lustiger und man konnte viel mehr rausbekommen, ob einem das Spiel gefällt oder nicht, als jetzt mit dieser Variante. Deswegen mein Fazit, es kann sich lohnen, ich finde es persönlich auch gar nicht mal so schlecht, aber man muss wirklich ein eingespieltes Team haben mit der Zeit. Dann wird es vielleicht einfacher, besser wie auch immer und es müssen definitiv, muss was getan werden an den Zeiten, bis man ein Match findet.